So was klappt meine Freunde? Willkommen zu deinem Kommentar, ja im Hintergrund sitzt ein richtig krasses Gameplay meine Freunde. Eine 69er Gunzstrick Solo mit der MP7. Ich glaube das es 69er ist, aber wird im Titel stehen. Also ich habe das Gameplay nicht vor mir, macht den wieder Freestyle-Kommentary-mäßig hier. Und ja mit der MP7 mit Schalldämpfer und Schnellsmack glaube ich, ja Schalldämpfer und Schnellsmack, so spiele ich sie halt immer. Und einfach auf Raid, man, einfach rausgeknüppelt, einfach so geschmeidig aus der Hand rausgeworfen die Gunzstrick so mit der MP7 einfach. War eigentlich glaube ich meine beste Gunzstrick jetzt oder so. Ich spiele eigentlich nie so auf Gunzstrick. Ich war schon immer rein wie so ein Behindert und dann scherbe ich. Das ist einfach so. Aber ja jetzt habe ich es geschafft. Ich hatte an ein, zwei Stellen, hatte ich richtig Glück, man. Da habe ich einen so Turn-On gegeben, weil er so schlecht war, dass er mich nicht gekriegt hat. Aber das gehört eigentlich auch dazu, zu so einem guten Gameplay. Also ja. Und was ich auch noch sagen wollte. Leute, ich bin in Serbien, meine Freunde. In Serbien, ja. Alles mitgenommen. Xbox, Leipto, Gato, Xbox One, ja, Monitor. Alles mitgenommen, einfach so. Einfach durch Schillig. Ja, die Leitung. Ja, mittelmäßig. Ich habe so den übelsten Upload, Leute. 4,5 oder so. Und eine 10K-Leitung. Hier ist zwar besser als in Österreich. Habe ich mehr halt Download und Upload. Aber manchmal habe ich so Mini-Lags immer. So richtige Mini-Lags. Ich kann in Full HD Livestreamen. Das ist voll schwierig. Ihr werdet auch einen Livestream sehen. Also morgen oder für heute. Ich werde einen YouTube Livestream machen. Also so, dass ich über YouTube, die Plattform, ja, über YouTube-Streame, so. Aber wir jetzt schon sehen, wie das ist. Und da wird auch angezeigt, wann es kommt. Und Bib, Bib, Blub, Scheiße da. Und ja. Ich bin halt irgendwie richtig motiviert, einen Kommentar zu machen. Also ich bin ja gerade dabei. Aber damit wird wieder gar nichts sein zu reden. Aber ja. Also die Leitung ist, also wenn ich jetzt, jetzt labere ich ja gerade. Aber dann, wenn es oben ist, wird es sicher eine bessere bekommen. Also ich habe schon eine 10K. Aber die haben gesagt, ich kriege eigentlich mit dem Router und mit dem Satellit, also die Super-Satelliten-Leitung, kriege ich nicht 10K rein. Aber ich habe 10K reingekriegt. Aber ich kriege dann einen neuen Router. Also heute. Und ein neues Satellit-Ding da muss man anschauen. Und dann hoffe, sind die Lags behoben, dass ich dann normal spielen kann. Weil wenn du Black Ops 2 spielst, Alter, du spielst da Black Ops 2, rennt es auf den Gegner zu. Es wechselt in so einer Millisekunde auf 1 Bar und dann wieder auf 4 Bar. Und dann stirbst du einfach wegen so einem behinderten Lags. Das ist einfach Bullshit, Leute. Einfach Bullshit. Aber ja. Ich warte jetzt mit dem Commentary. Werdet ihr jetzt mal mit Musik unterlegen. Und freut euch, dass ein Livestream kommt, mehr Gameplays. Weil mit 4 Upload kann ich so schnell hochladen. Also das ist nicht normal, Alter. Das kann man einfach so... So in Lichtgeschwindigkeit hochladen, ja? Und yo, Leute. Ich hoffe, ihr habt das Commentary gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst alles da. Und ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, sen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Can't let you go, oh oh Hey, dame, 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 dame I wanna, oh 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 Can't let you go, oh oh Hey, dame, 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 dame Duatementen, besame I'm ready to do whatever Easy, take me away Duatementen, besame I'll make you do whatever If I take you away I'm ready, dame, 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 Tell me you want it, so I can get it Let's just be honest, you are the finest Got you surrounded, baby surrender Don't make me haunt you, I know you want to I wanna oh oh oh, can't let you go Oh oh, hey, dame it otra vez, dame it otra vez I wanna oh oh oh, can't let you go Oh oh, hey, dame it otra vez, dame it otra vez Dame it otra vez, dame it otra vez I'm ready to do whatever, if you take me away Dame it otra vez, dame it otra vez I'll make you do whatever, if I take you away Dame it otra vez, dame it otra vez I'm ready to do whatever, if you take me away Dame it otra vez, dame it otra vez I'll make you do whatever, if I take you away Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018